Willkommen zu Auf ein Wort vorm Regal. Innerhalb des Mittelstands und auch innerhalb der kleineren Firmen gibt es ja allerhand, die in der zweiten, dritten, vierten oder gar fünften Generation geführt werden. Aber innerhalb der Agenturszene, also neben Serviceplan, fällt mir eigentlich keine weitere ein, die von der zweiten Generation geführt wird. Es geht also um das Thema Nachfolge, um Nachfolgeregelung und damit kann man gar nicht früh genug anfangen. Deshalb hospitiert heute so ein Mann bei uns, der hat ohnehin schulfrei. Was hast du schon gemacht bei uns? Ähm, ich habe einen Brief ausgetragen. Brief ausgetragen? Und den Konfi ausgeräumt vorhin? Ja. Und welchen Eindruck hast du, was macht Pappe hier so den ganzen Tag? Ähm, einfach vorm großen Fernseher sitzen und Filme gucken. Okay, und was ist das Beste gewesen, was du hier so erlebt hast bislang? Kakao getrunken und Süßigkeiten gegessen. Ich sehe schon, das klappt mit der Nachfolge. Ich sehe schon, das ist das Beste Diem Hotel. Ich sehe schon, das BesteONE. Wir sehen uns in der holes, das ist leer. Vielen Dank.